Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft mit Nugget. Hallo Nugget. Hallöchen Leute. Nugget meinte zwar, dass er in der zweiten Folge rausfliegt, aber es ist ja nicht passiert, wir haben Glück gehabt. Und... Mein Internet meint es gut mit uns. Ja, ich hab mich entschieden, ich klaue die rote Farbe. Und... Ist meine gute rote Farbe? Äh, werde meine Schafe misshandeln. Kann man nicht... Moment. Kann man... Was ist das denn? Dann brauchst du nur zwei oder drei rote Farbe. Das ist genau das, was ich auch machen wollte. Ähm, ich hab dir grad nicht zugehört, sorry. Er ignoriert mich. Leute, seht ihr's? Das macht er mit euch, wenn ihr mit ihm aufnehmt. Ich war in Gedanken versunken, was ist das denn? Was ist das denn? Elytrin? Äh, was? Das ist Elytrin. Äh, Gesundheit? Keine Ahnung. Ich weiß grad nicht, was du meinst. Das ist... Achso, Elytra. Ah, meine Flügel. Mit den Teilen kannst du fliegen. Achso, Alter. Was du nicht alles hast. Und da gibt's voll im Endgame. Und voll der Noob. Ja, das bekommst du halt, wenn du ins End gehst. Kann man nicht, äh, auf, äh, zum Beispiel ein, 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 ein Rasierer oder eine Schere Glück drauf machen? Äh, ich wüsste nicht, du kannst, ähm, Effizienz, glaube ich, drauf machen, oder, ne, Unbreaking kannst du auf ne, äh, Ding jetzt drauf machen, auf ne Schere. Ja, weil mit Glück würde ich ja mehr Wolle bekommen. Das könnte es sein. Könnte man ausprobieren, aber hast du denn ein Buch? Ich habe fünf Level. Hast du ne Glück, ne Glücksbuch? Nein. Alle Verzauberungen, die ich habe, habe ich so auf die Tools drauf gemacht, glaube ich, dass ich mir pro Tool, äh, wo ich verzaubert habe, ein neues Tool gecraftet. Ja, äh! Ich kann mir vorstellen, wie das gelaufen ist bei den ganzen, äh, Spitzhacken. Äh, ja, ne, ne Glücksschere wäre echt cool. Na gut, dann muss ich meine Schafe vermehren. Gibt ja alles nicht. Weizen gibt's bei mir. Auch Weizen. So Noob bin ich jetzt auch nicht, dass ich keinen Weizen habe. Glück, hast du die Schafe schon erweitert, oder hast du mich nicht die Schafe... Der hat die Schafe wieder geklaut. Nein, habe ich nicht. Wieso sind es nur irgendwann noch drei? Ich habe die Schafe nicht geklaut, ich habe sie auch nicht erweitert. Ich habe die Schafe, ähm, auf, äh, Gras gesetzt, damit sie überhaupt was zu fressen haben. Ich dachte, du hast ihm, du hast ihm Weizen gegeben. Nein, habe ich nicht. Ich habe ihnen nur was zu fressen gegeben, im Gegensatz zu dir, du Tierquäler. Fauler Nugget, ey. Stelle ich ihn als Mod ein und alles, weißt du, gewähre ihm freien Zugang, freien Zugang auf meinen Server. Ja, der fördert meine Schafe nicht. Was erwartest du denn bitte? Das verstehe ich nicht. Ich habe dir übrigens aus Versehen einen Bilderrahmen geklaut. Meine guten Bilderrahmen. Die bezahlst du aber. Nö. Dieb, halte den. Und das war der Anfang davon, wie er bei Escapist gelandet ist. Nugget war's, Nugget hat mich verpetzt. So. Am Ende bin ich als Mitknast über ihm gelandet. Ist mit reingekommen, um mich zu kontrollieren, damit ich nicht ausbreche. Wie war nochmal die Anfangsmeldung von wie Escapist gewesen? Irgend so ein feiner Pinkel hat dich da reingesteckt. Ja. Ja. Jetzt weißt du, wer es war. Nugget. Du siehst ja, wie reich ich bin, wenn du in meinem Keller dich umschaust. So, ich habe jetzt eine Schere. Kann ich doch bestimmt jetzt zum Verzögerungsbuch gehen, sie reintun und Glück rauftun, wenn der Glück ist. Ja, wenn du ein Glücksbuch hast, ja. Aber mit 5 Level wirst du ganz bestimmt kein Glücksbuch bekommen. Ich bekomme überhaupt gar nichts. Ah doch. Okay. Auf der Schaufel könnte ich zum Beispiel Glück raufmachen, aber das ist ja nicht... Wir sind das Ganze. Und ich habe keine Bücher. Ich habe Glück des Meeres. Luck of the Sea. Das ist für deine Angel. Und ich habe Behutsamkeit, dein Buch. Das bringt ja auch nichts. Naja, vielleicht wenn ich Schafe mit Behutsamkeit schere, verliehen sie vielleicht nicht ihre Wolle. Ist ja behutsam. Ja, und das hat dann nochmal welchen Sinn? Ich halte das mal, wenn dich Sex kriegt. Das wäre jetzt meine Schätzung. Aber ich sollte erstmal die Schafe scheren und dann überlegen, wie ich weiter vorgehe. Vielleicht gehe ich nochmal kurz zu lange drüber und klaue in mein Buch. Heute die reinste Klau-Folge bei Zero. Wie sag's euch. Der klaut bei mir am laufenden Band. Ja, ich habe halt nicht so coole Sachen wie du. Oder habe ich ein Buch hier reingelegt? Ich habe hier noch ein Buch. Ich habe hier noch ein Buch. Ich lege das Buch rein. Schutz, Rückstoß, Nemesis. Komm mal her, hast du Glück? Ich habe immer Glück. Ich habe heute noch die Bücher. Ähm, Schafnistral, Feieraspekt und Power 1. Hast du Fackeln? Ich habe Fackeln. Fackeln, bitte, ja. Kann man die auch verzaubern? Nein, aber du kannst die Fackeln hier dazwischen setzen. Dann bekommst du weniger Level, wo du für die Verzauberung brauchst. Und bekommst du auch andere Verzauberungen. Aha, das ist neu. Dafür kosten sie halt weniger und sind deswegen auch schlechter. Aber da du sowieso nur 5 Level hast, macht ja nichts. Plünderung. Äh, Looting. Wenn ich Schafschere, ist das doch Looten. Ups, ich habe das Schaf geschlagen. Das wäre eher Tiere tötend. Du gehst mir nicht raus, Penner. So. Wie viel Wolle habe ich jetzt? 9 Stück. Das sind nicht die 28, die ich brauche. Oh, sie habe... Okay, sie bekommen sehr schnell Wolle. Du hast die Schafe, aber nicht gefärbt. Ja, ich färbe ja im Nachhinein. Nein, da verbrauchst du viel zu viel Farbe. Ich habe doch die Schafe einfach. Nein, ich will keine roten Schafe. Die kannst du ja wieder zurückfärben. Sie müssen aber erstmal Wolle haben zum Wärmen, ne? Ja. Dann brauche ich doch eine Flasche und den ganzen Kram, oder? Nein, du brauchst einfach nur die rote Farbe. Und damit fütter ich sie dann quasi oder besprühe sie. Einmal rechtsklick machen mit der roten Farbe auf ein Schaf, das Wolle hat. Okay, okay, okay. Also ich muss hier erstmal die Bäume loswenden. Die nerven mich gerade. Äh, sonst kann ich hier nichts bauen. Wo ist meine Sp... Äh, Hack... Äh, Axt. Spitzhacken-Axt. Wo ist meine Spitzhacken-Axt? Links neben dem Drachen. Ja, dort. Was? Links neben dem Drachen? Ja. Hier hast du eben deine Spitzhacker reingemacht. Okay, gut. Ich will keine Spitzhacker, ich will ne Axt. Du willst ne Axt? Hier hast du meine Axt. Yay. So, ich hab schon mal 13 Wolle, das ist schon mal ganz gut. Gut, äh, oh Gott. Deine Axt, dreh durch! Krasse Axt. Aber so geht das recht schnell. Du musst nur daran denken, die Sätzchen aufzuheben. Sonst muss ich losziehen und neue Bäume holen. Wie schnell das geht. Oh nein, das ist so ein heftiger Baum, ne? Ich glaub, den fackel ich gleich einfach ab. Bei Regen nützt das aber wahrscheinlich nichts, ne? Oh, und aufgehört. Äh, abfackeln bei Regen. Äh, nee, das würde gelöscht werden. Dum-ti-dum-ti-dum. Das ist ja diese großen Bäume, ne? Ich mein, die sind zwar schön, wenn du ein Baumhaus oder so machen willst. Aber dann, wenn du sie nicht willst, dann kommen sie. Ja! Seh doch, Holz. Ja! Gut, Bäume erstmal beseitigt. Setzlinge aufgehoben. Glaub ich hier endlich? Verdammt. Nein! Boah, ich hab die Tannensitzlinge nicht aufgehoben. Was? Wie kommst du denn da unten rein? Jetzt bauen hier unten schon Viecher. Stirb. Ich glaube, meine Tiere sollten ein bisschen Licht bekommen. Ich glaub, der Tunnel hier unten braucht ein bisschen Licht. Könntest du Fackeln runterbringen? Kann ich machen, ja. Ich bringe Fackeln, wenn ich noch welche habe. Ansonsten baue ich mir schnell welche. Hab ja jetzt genug Holz. Das ist mein Inventar. Ich hab ja zu viele Truhen. Oh, ich hab 64 Fackeln. Alles gut. Und ich muss die Treppen hier noch legen, ey. Die rechte Seite. Und hier tropft's noch. Huch. Ja, gute Taktik. So, sehr schön. Wie gesagt, hier unten ist was gespawnt. Das hat mich durchlöschert. Wie so ein Schweizer Käse. Weißt du was, äh... Sag mal, ist der ganze Sponge schon wieder? Äh, ich brauch mehr Sponge. Durch Glas tropft hier kein Wasser, oder? Hier kann nur... Äh, nee, da kann nix durchs Tropfen. Wieso? Hier kann nur was spawnen. Ach, das sind die Schwämme, die tropfen. Ach so. Sag das doch. Da geht. Äh, die Schwämme tropfen. So, Zeit, die Schafe zu scheren. Oder zu werden. Verdammt. Ich hab ein Loch ins Sklav gerissen. Loch pflücken. Äh. Pflücken. Flicken. Schaf, Baby. Ach, Baby Schaf. Baby Schaf ist weg. Was hattest du jetzt schon die Baby Schafe? Ne, ich glaub, der steckt in der Tür fest. Ja, er steckt auch in der Tür fest. Komm. Weißt du, wie seltsam sich das grad hier unten anhört? Was? Was er in der Tür feststeckt? Baby Schaf steckt in der Tür fest? Was? Ja, ich hab ihn befreit. Ja. Bin OP. Nein, ich bin OP. Hast du grad eben selbst gesagt. Ja, ich auch. Wir beide sind OP, Naget. Wir beide sind OP. So, was hab ich jetzt am Start? Ich hab sieben rote und jetzt hab ich 20. Ich brauch noch acht Stück. Das heißt, einmal müssen sie noch, äh, ihr Fell bekommen und dann ist gut. Äh, solange kann ich das hier gerne klauen. Klaust du schon wieder? Ja, die Bäume. Ich klaue die Bäume. Die armen Bäume. Verdient. Ja. Ganz ehrlich. Die haben hart für ihre Blätter gearbeitet. Hart gearbeitet? Was? Die stehen nur rum. Ja, das ist auch ne Arbeit. Also. Ja gut. Ich dachte immer, Drachenlord würde nie arbeiten, aber jetzt hast du recht. Er arbeitet. So. Was glaubst du denn, was die ganzen Leute vom Buckingham Palace machen? Weiß nicht. Die stehen nicht mehr einfach rum. Aber ihre Arbeit ist es nicht zu lachen. Und das ist ne schwere Arbeit. Ich glaub eher weniger, dass es denen ihre Arbeit ist, nicht zu lachen. Doch. Was machen die sonst da ganz ehrlich? Dumm aussehen. Ihre Helme sind schon ein bisschen peinlich. So, gib mir Wolle. Weißt du, dann baue ich gleich meine Statue auf. Und dann kommt ein Blitz und schlägt ein. Dann war's das. Stimmt. Mit dem Blitz könnte das ganze Ding auf einmal abfackeln. So lange Quarz nicht brennt. Nein, Quarz brennt nicht. So, 13 plus 13 sind 26. Ich brauch noch zwei. Los! Fresst Gras, ihr Penner. Geläutzer kam. Das war eventuell gerade ein bisschen laut. Dein Ofen soll Hähne machen. Das bringt auch nichts, wenn du ihn T-backst. Ich glaub, das erfreut dir nicht. Das hat aber mal gesagt. Heißt das, dass man Öfen T-backt? Ja. Hexentanz hat sie das. Hört auf mich anzugucken. Fresst Gras, meine Fresse. Ich brauch doch nur noch maximal zwei Scharfer. Wir müssen sein Scharfer. Mach sie vor, Zero. Sie wissen nicht, wie's geht. Kann ich leider nicht. Ich hab's versucht. Hier, da. Ich esse. Ich esse. Isst auch du. Du bist nicht du, wenn du kein Gras gefressen hast. Also los. Ach, ich hasse. Äh, Schafe. Schweine? Schafe. Ja, hab ich doch gesagt. Hör mir zu. So, übrigens hatte ich noch ein Schaf zu benennen, hab ich mich gerade erinnert. Äh, hab ich das Fenster noch offen? Kommentare, äh, da. Genau. Äh, ich hab ja mal nach, äh, Namen für mein Schaf gefragt. Und nun ist es soweit. Ich wollte es schon vor ungefähr... Äh, für ein Schwein. Ja? In dem Fall war es ein Schwein und nicht ein Schaf. Ich hab doch ein Schwein gesagt. Nein, Schaf. Okay, ich, ich habe noch einen Namen für mein Schwein gefragt. Und jetzt haben wir einen Namen. Jetzt hab ich ihn vergessen, Dunknugget. Danke, Nugget. Bitte. Immer wieder gerne. Hashtag, danke, Nugget. In den Chat, bitte. Äh, in, in die Kommentare. Ich, ich streame ja gar nicht. Äh, so. Okay, okay, okay. Äh, ich habe einen Namen. Und dieser Name... Alter, geh raus aus dem Scheißmenü. Komm, Schweini. Ich wäre ja für Girux, Sasuke. Ähm. Als Erinnerung an diesen Namen. Wie benennen wir nochmal Leute? Rechtsklick auf sie, oder? Du musst erstmal das Name-Tag, äh, umbenennen. Ja. Mach ich das? Das machst du zum Beispiel, weil es im Amboss. Ach ja. Ich hinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Das Name-Tag auf, äh, das Tier. Okay. Unser kleines Tierchen heißt nämlich Namensschild. Nein, unser Tier heißt David. Und es kostet mich nur ein Level. Sehr froh. Ich bin sehr froh. So, David habe ich mir aus den Kommentaren rausgeholt. Und deswegen, mein Hausschwein heißt ab sofort David. Cool, ne? Bin ich auch. Jetzt brauchst du noch ein Goliath. Das Schöne ist, äh, Rigi möchte dieses Haus gerne umgestalten, weil ich, ist ziemlich hässlich. Bitte, Rigi, mach's. Mach's. Ich hab's ziemlich hässlich gebaut. Und, äh, Rigi wollte halt nicht dumm rumstehen, währenddessen wir hier halt, äh, unser Zeug machen. Und dann meinte ich, ja, bau doch das Haus um. Ich hab das sowieso scheiße gebaut. Und dann meinte sie, ja, wieso nicht? Deswegen baut sie jetzt das Haus um. Konnte Leute heute leider nicht mitmachen, weil sie Probleme mit Minecraft hatte. Also irgendwie nicht mit, äh, Optifine installiert bekommen. Sie wollte ja selber aufnehmen. Und deswegen wird sie beim nächsten Mal hoffentlich dabei sein. Ich weiß nicht, ob sie es bis dahin schafft. Wäre cool, wenn ja. Und ich hab meine Wolle zusammen. Huh. So, gib mir die. Okay, wie mach ich das jetzt? Ähm, ich würd sagen, ich geh drei hoch. Äh, elf hab ich gesagt, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, fünf. Hä? Noch eine Abteilung, ich bin fertig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf. Gott, nein. Was ist los? Es ist doch gerade und nicht ungerade. Hä? Hä? Wir, Abi, ich seh das von hier oben locker, dass es gerade ist. Da muss ich dich mal zählen. Zwei, vier, sechs, lol. Warte, ich dreh gleich, du. Okay. Was können wir daran verändern? Wir können den abnehmen. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Dann müssen wir hier anfangen. Beziehungsweise hier. Und am besten das Ganze mittig. So, dann gehen wir drei nach oben. Und jetzt zwei, ne? Eins, zwei, drei. So. Dann nehmen wir unsere Wolle. Äh, ach scheiße, jetzt ist der verkackte Baum im Weg. Äh. Aber das krieg ich hin. Waren ja drei, ne? Da unten waren drei. Das heißt, ich muss vier nach oben. Eins, zwei, drei, vier. Dann packe ich da hin. Ich glaube, wir sind doch schon wieder mit der Folge durch. Zumindest habe ich hier eins geschafft. Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Ein paar Minuten haben wir noch. Aber noch. Vielleicht schaffe ich sogar das One-Up hinzukriegen. So, dann haben wir nämlich eine Lücke. Und dann muss das Wuhu platziert werden. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei, vier. Boah, das verdammte Wasser überall wegzubekommen, ey. Eins, zwei, drei, vier. Ups, das war ein ganz viel. So. Ich habe schon mal das 1U. 1U, 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 1U. Ach. Gleich wird das nicht gerade. Pass auf. Jetzt bestimmt verkacken. Jetzt hundertprozentig verkacken. Irgendwas passiert hier immer. Okay. So, dann das P. Okay. Go Zero. Go Zero. Eins, zwei, drei. Ha, fast verkackt. Eins, zwei, drei, vier. So, dann packen wir da noch einen hin. Und schon haben wir keine rote Wolle mehr. Habe ich nicht 28 gesagt? Wieso habe ich noch so viel Wolle übrig? Aber wie habe ich gezählt? Oder? Oder? Ach, das waren fünf. Das waren fünf. Fuck. Okay. Alles gut. Alles gut. Ich kriege das gebrezelt. Ich kriege das gebrezelt. Macht euch da mal keine Sorgen. Alles wird gut. Scheiße. Baut das ganze Ding auf jeden Fall nicht nochmal neu. Ich werde das einfach unten ranhängen. Das ist der Plan. Oh, das kann ich weg. Dort habe ich irgendwie scheiße gezählt. Weiß nicht, wie ich auf 28 gekommen bin. Ich habe noch fünf übrig. Aber das One-Up steht. Ha. Ich bin ein Profi, Leute. In Mathematik. Man merkt es. Oh. Dieses verdammte Wasser. Meintest du nicht gerade noch zu mir? In dieser Folge werde ich das alles fertig machen. Sicher. Das Glas war ja auch fertig gewesen. Nur das verdammte Wasser wegzubekommen, war ein anderer Kram. So. Das One-Up steht. Guckt es euch an. Wunderschön. Hier war es hier. So. Ich zähle nochmal nach. Kann ja wohl nicht sein, dass ich mich verzählt habe. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Einundzwanzig. Zwanzwanzig. Dreiundzwanzig. Vierundzwanzig. Fünfundzwanzig. Sechundzwanzig. Siebundzwanzig. Achtundzwanzig. Also siebundzwanzig sind sie. Ich hab, ich hab, also der hier soll ja weg. Wegen. Siebundzwanzig. Wieso hab ich fünf Wolle übrig? Vielleicht hast du vier Wolle bekommen? Stimmt, ich hab am Ende noch ein paar mehr geschoren. Das war's. Hier, nehmt meine Lieblinge. Nehmt. So. Ich mach dir hier noch ein paar Kielis. Was? Gibt's jetzt die Wolle zurück, oder was? Nein. Ich hab sie jetzt gefüttert, damit du nachher ein bisschen Wolle abstauben kannst. Yay! Wolle für mich. So. Dann brauch ich das hier nochmal kurz ab. Und dann wird hier demnächst ein Brunnen entstehen. Mit irgendeiner Skulptur, die ich mir noch ausdenken werde. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht mach ich mein Skin fertig und dann packe ich da meinen Kopf rauf. Der aber dann wahrscheinlich gigantisch wird. Ja, das ist vielleicht ne schlechte Idee. Ähm. Was könnte man für ne Skulptur machen? Keine Skulptur. Äh, das hab ich jetzt nicht gesagt. Das machen die anderen schon. Puh. Hehehe. Weiß ich gar nicht. Oh, es sieht cool aus, wie das Licht hier reinschalt. Alter. Krass. Hab ich mich richtig gut entschieden. Guck dir mal, wie gut das aussieht. Holy shit. Zero ist zufrieden. Gut, äh, ich würd sagen, das war's für heute. Ich habe mein One-Up geschafft in dieser Folge. War sehr produktiv. Ich habe ein One-Up nach oben gezeichnet. Und wir gucken mal, was Nugget kurz noch getrieben hat, bevor wir aufhören. Und gucken, wie weiter gekommen ist. Darf ich schon gucken? Ja. Finde doch der Boden. Hier leuchtet's auch richtig krass rein. Ja, das ist, äh, das ist ne beachtliche Länge. Das ist nicht schlecht. Kann ja jederzeit noch größer gemacht werden, ne? Jo. Sehr schön. Äh, ja gut. Das hier wird, äh, der Weg sein, den ihr schreiten werdet. Ihr könnt euch hier an der Seite dann verewigen. Oder da oben. Vielleicht setzt hier vielleicht doch nochmal eine Wand hin. Muss mir mal gucken. Vielleicht reicht es auch schon aus, wenn ihr euch hier verewigt. Äh, ihr könnt euch dann hier mit einem Schild verewigen, wenn ihr auf dem Server seid. Und, äh, dann geht's da hinten zu den Portalen. Also, vielleicht wird hier noch ein Raum entstehen. Oder ich werd sie direkt am Ende hier hinpacken. Mal gucken, wie wir das machen. Erstmal muss ich das Ganze noch hinprogrammieren, damit das funktioniert. Und beim nächsten Mal, äh, werden wir die Halle gestalten. Und höchstwahrscheinlich, äh, werde ich meinen Brunnen bauen. Mit der Statue. Ich weiß noch nicht was. Ich werd mir was überlegen. Vielleicht mach ich hier ein großes End für Nugget. Jetzt Dankeschön. Yeah. Gut. Ich würd sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hat mich gefreut. Haut, äh, rein. Tschüss. Tschüssi, Kowski.